Hallo zusammen, mich ist wieder heute, Laden verschiedener für euch in Dragonflight Navigz. Und zwar heute will ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnision. Und zwar haben wir hier die großen Kisten mit Bergungsgut. Davon wollen wir jetzt insgesamt 20 öffnen. Und ja, aktuell brauche ich noch ein Magier-Item, und zwar die Eremitensandalen. Und ich hoffe, ich kriege die da mal raus. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los hier an der Garnision. Und machen wir den kleinen Beutel auch noch auf, dass ihr so ein bisschen seht, was ich noch rauskriege. Es gibt nämlich hier neben Garnisons-Ressourcen einige Materialien, die man rauskriegen kann. Ein bisschen so Gear-Upgrade-Items, sowohl Waffen als auch Rüstungs-Upgrades. Und wenn wir Glück haben, auch ein paar normale Gear-Items. Und wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir die Sandalen. Aber bis jetzt sieht es irgendwie nicht gut aus. Die Hälfte an Kisten haben wir jetzt schon. Und bis jetzt nur Glump gekriegt, so wie es aussieht. Nur Glump drin und ein paar aufen Ressourcen, aber naja. Viele sind die halt auch nicht wert, ne? Ich hätte lieber die Sandalen. Die hat da gar nichts. Fünf haben wir noch. Oh boy. Vier. Drei. Drei. Ach, come on. Ich habe kein einziges Gear-Item gekriegt. Nur so ein paar Ressourcen. Bisschen, ähm, ja. Bisschen Kräuter, Erze, Felle und so. Und, ja gut, von denen einige. Aber ich glaube, die brauche ich aktuell gar nicht mehr wirklich. Naja. Schade, schade. Das war mal wieder eine komplette Nullnummer. Ich, ähm, werde demnächst noch mal ein paar aufmachen. Ich hoffe, da haben wir ein bisschen mehr Glück. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.